Servus und herzlich willkommen hier bei kromi.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und da ist er endlich, der dritte Evoker-Spec. Nein. Ich muss euch enttäuschen, ich glaube direkt mal ganz vorneweg nicht daran, dass wir einen dritten Evoker-Spec jetzt bekommen werden. Aber gehen wir erstmal drauf rein. Und zwar gibt es neue Hinweise auf einen dritten Evoker-Spec oder eben auf die Käsespur, die uns Blizzard mal wieder auslegt. Das kann natürlich auch sein. Erstmal zur Vergangenheit. Wir hatten vor ein paar Wochen schon, hatte ich glaube ich im Aetherworld Week darüber gesprochen, Hinweise auf eben einen weiteren Spec. Und zwar gab es einmal den Hinweis, dieses Bild hier und zwar eine Quest, als der PTR zu Patch 10.1 online gegangen ist, hatten Trakteurs die Möglichkeit, diese Quest hier zu finden. Das kann man aber gleich schon wieder entkräften. Hier wird New Specializations, Remember oder sowas angesprochen. Das kann man sehr schnell entkräften. Denn das ist der PTR und das war die erste Version vom PTR. Auf dem PTR machen die Devs echt viel Quatsch. Warum auch nicht? Das sind Menschen, die haben Spaß untereinander. Und manchmal, diese Quest durchlaufen ja mehrere Teams. Da kommt ja das Narrative-Team, was halt die Story baut. Das Quest-Design-Team, was dann die Western sich baut und so weiter. Dann das Animationsteam und alle kommunizieren miteinander. Manchmal, das weiß ich davon, weil ich mit so einem Dev mal geschrieben habe, kommunizieren sie auch über solche Wege und lassen sich gewisse Hinweise drin. Generell machen sie sich Stichpunkte hinter Quest-Tags. Das ist, was wir auch oft Data-Mind, wenn wir schon gewisse, zum Beispiel das mit Ysera und Malfurion und sowas. Das haben wir schon sehr früh Gedata-Mind, weil eben die Leute, die Devs, gewisse Marks und Punkte und Stichpunkte und sowas in den Quests drin lassen, um halt, damit die verschiedenen Teams, die darauf zugreifen, sich eine kleine Übersicht oder sowas haben. Und manchmal wird dort ein bisschen Spaß gemacht, manchmal nicht. Die ist das. Da gibt's sehr viele Sachen, sag ich mal, was da passieren könnte. Also erstens, das könnte es sein. Zweitens könnte das auch noch was anderes hinweisen, wo wir gleich draufgehen, weil hier steht ja, the mystery that was uncovered in 10.07. Das zweite, was war, war ein Interview. In diesem Interview wurde gesagt, wie cool es doch wäre, wenn die Schwarzen, wenn der Schwarze Drachen-Aspekt auch bei der Trakteur landet. Also natürlich ist es eine Möglichkeit, dass das ist und hast du nicht gesehen. Aber auch da könnte es was anderes sein. Und jetzt kommen wir zu drei neuen Sachen oder zu den neuen Informationen, warum gerade alle rumschreien, ey, der dritte Spec kommt. Und zwar gibt es drei neue Zauber, die mit dem letzten Bild vom Patch, ja, vom Patch 10.1 gefunden wurden. Emerald Infusion, Iron Roots und Azure Powerhouse. Das sind aber nicht mal schwarze Spells. Also die, die, ähm, das sind einfach nur drei neue Spells. Es ist ein grüner, ein Natur, vielleicht schwarzer Erde, ja, und einmal ein blauer Zauber. Das erste ist, ähm, also, ganz klare Sache ist, das kann sehr vieles bedeuten. Das können auch Zauber für NPCs sein. Wir erinnern uns an das Barkar-Mount 1007. Alle haben rumgeschrien, ey, wir kriegen einen Barkar-Mount, wir kriegen einen Barkar-Mount, bla 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 bla. Ich hatte direkt schon, oder vor ein paar Wochen, habe ihr auch schon gesagt, aufpassen, das kann gut sein, weil wir keinerlei Informationen im Mount-Journal dazu hatten. Das Mount war nicht mit einem PH, also werden zum Beispiel neue Mounts reinkommen und sie haben noch keinen konkreten Namen. Dann werden die immer mit PH, ähm, besiegelt. Aber man kann sich meistens schon einen Mount-Journal finden, nur halt noch nicht hinterlegt. Gerade wenn das Model schon da ist, dann findet man sie dort meistens. Man hat sie dort nie gefunden, die Barkar. Und, ähm, es werden auch manchmal einfach nur Models gemacht für NPCs. Und wir haben ja gesehen, dass Barkars mit Sattel auf Patch 10.07 auf der Insel unterwegs sind. Und das sind einfach literally diese Barkars. Also, vielleicht waren sie nie als Reittier gedacht. Wahrscheinlich auf dem Druck, der über Content Creator jetzt gemacht wurde, weil alle gesagt haben, ey, da kommen Barkars. Und jetzt war so ein bisschen so der Rumor. So, hm, kein Barkar. Ist nicht so laut geworden. Aber ein bisschen kam da vor allem im amerikanischen Raum. Also, kann durchaus sein, dass dadurch ein paar Ks bei uns jetzt tatsächlich kommen. Weil, bis jetzt haben wir das Model, so wird es schon in 2, 3, 3, 4, 5. Können wir raushauen. Ähm, wer weiß. Aber anscheinend waren diese eben gemacht für den NPCs. Und genauso können diese Spells hier für NPCs sein. Ähm, wir wissen, wir haben sehr viel mit Interaktion zu tun. Zakarev war 10.07. Ähm, das kann irgendwas damit zu tun haben. Mit den Experimenten, die da sind und so weiter und so fort. Das Zweite, was gefunden wurde, war ein langer Text oder ganz viele, ähm, Strings von Empowerten Zaubern. Also, verstärkten Zaubern und so weiter und so fort. Ähm, und das zusammengemischt kann jetzt, wie gesagt, für, es kann für den dritten Speck stehen. Gar keine Frage, will ich gar nicht dementieren und leugnen. Äh, für mich wahrscheinlich sind das zwei andere Szenarios. Entweder NPCs. Wir wissen nicht, was mit Zakarev nach dem Raid passiert. Wir schätzen, dass bei 10.1.5, 10.1.7 oder 10.2 der Smaraggrüne Traum kommt. Das heißt, vielleicht flüchtet er in den Smaraggrünen Traum mit der Leere, was weiß ich, ähm, hat dort noch andere Trakteur bei sich und die können dann die anderen zauber. Ähm, und generell, da wissen wir auch nicht, wir haben Trakteurexperimente im Raid. Kann auch sein, dass es einfach nur die Strings und die Zauber sind von den Trakteurelementen, äh, den Trakteurbossen. Wir haben ja so Experimente da, Trakteurexperimente, nicht Elemente. Und es kann auch einfach sein, dass die Empower-Zauber, dass sie genau die gleichen Zauber kriegen wie die Trakteur, nur verstärkt oder so ein Shit. Wissen wir ja nicht. Ähm, also kann es durchaus das sein, ähm, was da kommt. Äh, außerdem ist auch noch ganz wichtig zu sehen, wie stark diese Zauber hier ist. Zum Beispiel der hier. Empowerous an Ally increasing their damage done by 25 Prozent. Okay. Also, der neue Trakteur-Spec gibt dir ein Buff, wo du 25 Prozent mehr Schaden machst. Wir kriegen es in der Community ja noch nicht mal geregelt, eine PI zu haben. Was soll denn dann passieren? Da braucht der, der braucht ja einen Moderator für seinen eigenen Flüster-Chat, der Trakteurspieler dann. Weil er da ja nur noch angewispert wird. Give me, give me. Nein, also das ist too much. Das nächste, was sein könnte, ist, ähm, dass das hier, äh, vielleicht diese Empower-Zauber, oder diese Änderung, oder diese Quest, daran hängt sowas wie das grüne Feuer für den Hexenmeister. Der Hexenmeister hat mit Mist of Pandaria eine Quest-Reihe bekommen, da konnte der seine Spells umwandeln. Von rotem, ganz normalem Feuer in grün. Dadurch ist das Pony grün am Brennen. Gerade der des Zerstörungs-Hexenmeisters ist der einzige eigentlich, der davon was hat, weil der castet Feuerzauber. Die sind halt alle grün. Und sowas ähnliches konnte es sein, dass der Trakteur damit seine Sachen in schwarze Spells irgendwie umwandeln kann, oder so. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist, das passt gerade sehr gut in das, äh, Design-System von World of Warcraft rein. Und ich, ähm, denke mir, also sie wollen dazu auch was bringen. Also deswegen wurde auch in einem Interview speziell darauf angesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon erfahren, warum wird vielleicht nicht schwarze Drachen-Aspekt-Magie benutzt. Also, wenn, dann werden wir erfahren, warum es nicht so ist, oder warum, oder wir werden es bekommen. Also in irgendeiner Art und Weise, die Trakteur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass halt, dass da kein Speck kommt. Jetzt könnt ihr natürlich mitspekulieren und philosophieren. Immer her damit rein in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich würde mich freuen. Noch ein Speck, ist mal cool. Ähm, weiß nicht, ob ein Nahkampf-Speck für die Trakteur, ob die Bock darauf haben, ähm, die Trakteurspieler da draußen. Äh, kann ja durchaus sein, dass er vielleicht wirklich noch nicht fertig geworden war und jetzt halt zum Mitte oder Ende der Expansion kommt und man sich einfach drumherum was gebaut hat. Oder dass es vielleicht von Anfang an so geplant war und von wegen gesagt wurde, nee, der kommt dann erst mit dem zweiten Raid, weil da besiegen wir Zakarev und dann kriegen die Trakteur auch wieder die Macht der schwarzen Drachen zurück. Denn lore-technisch gesehen haben die Trakteur gar keine Macht der schwarzen Drachen. Wenn wir wissen, durch Adamantias Tagebücher und die ganze Lore dahinter, wissen wir ja, dass die Magie der schwarzen Drachen aus dem Trakteur rausgesogen wurde. Das wissen wir ja. Sie ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also nur noch in geringeren Teilen und so weiter. Also von da an kann es natürlich sein, dass sie in Abarus dann auf einmal durch die Sachen da unten, Neltarion, ähm, wieder an ihre schwarze, ähm, Drachen-Aspekt-Macht kommen, an die Erdmacht kommen und sie die danach nutzen können. Und dass das von Anfang an sogar geplant war, lore-technisch später aufgebaut war und so weiter und so fort, kann definitiv sein, dass das für die Ankündigung Patch 9.2, 10.2 dann kommt, dass da irgendwie, ja, der wieder aufsteckt, Neltarion, so die Traktierkriegen, Rehat, Elementar, Energie, wieder zurück oder so. Ey, wär cool, why not? Ähm, ich seh sowas gerade bei Blizzard sehr, sehr spannend und gerne, weil denen ist das gerade zuzutrauen, dass sie sowas machen. Fänd ich auch cool. Aber wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Was ist eure Meinung? Rein in die Kommentare damit. Und ich wünsch euch einen schönen Tag. Servus und ade. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.